Hallo zusammen, das ist Fabio. Als Italo-Boy kann ich euch erzählen, ein paar Sätze mit italienischer Frau kann richtig funktionieren. Tipp Nummer eins. Non ho mai visto dei occhi così profondi. Auf Deutsch. Schwierig. Auf Deutsch habe ich noch nie so tiefe Augen gesehen. Klingt so komisch, aber auf Italienisch funktioniert. Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei. Il mio cuore brucia solo per te. Auf Deutsch. Mein Herz brennt nur für dich. Klar, auf Italienisch klingt viel, viel besser. Aber ja, Typ Nummer drei. Jetzt erzähle ich ganz lustig, das habe ich vor allem ich gemacht in Italien. Da habe ich einmal eine Frau gesehen, eine mega schöne Frau mit einem Hund. Und dann bin ich zu ihr gegangen und dann habe ich gesagt, sage ich erst auf Italienisch. Was so fair und Komplimental kenne. Und sie macht ja, ja bitte. Eine bellissima padrona. Und sie ist am Lachen gewesen. Und dann habe ich angefangen mit ihr. Es hat mega gut funktioniert. Da sie ist. Ich bin zu ihr gegangen. Sie ist mit dem Hund. Und dann habe ich gesagt, kann ich Kompliment machen an den Hund? Und sie macht ja, ja bitte. Gern, gerne. Du hast so eine schöne Besitzerin. Oh mega schön. Und dann habe ich angefangen zu lachen. Das hat wirklich mega gut funktioniert. Aber eben richtig müssen die richtige italienische Frau suchen. Mit dem Hund. Tipp Nummer 4. Wenn du eine Frau lachen kannst, dann bist du schon am halben weg. Ich bin lustig. Tipp Nummer 5. Als Tänzer. Ich kann oft im Ausgang tanzen. Und Kompliment. Und ich mache immer viel. Das ist das. Ich habe ein sehr guter Kul. Ich lasse auf den oberen Ecken. Auf Deutsch. Das ist einfach. Du hast mega schöne Haare. Und dafür kannst du auch mega gut bewegen. Das funktioniert. Also Jungs. Ich habe meinen Tipp gegeben. Schreibt einfach einen Kommentar. Welche am besten hat funktioniert. Und ich warte.